Marco Bode orientiert sich als kopfballstarker Spieler in dem 5-meter Raum. Da ist er. Und da ist er. Ja! Das ist das Geheimnis. Mit Marco Bode hatten sie nicht geregnet. Sie haben sich auf die beiden Zickler und... Schauen Sie noch mal. Einwurf von Ballack. Bode sieht es noch in der Bewegung zur Seite. Ganz genau, dass der Einzige... Bemischoll. Abgefälscht. Und Eigentor! Eigentor! Und das war die Vorentscheidung. Aber Usunidis, der Libero, ist der Unglücksrabe bei den Griechen. Und das Tor schenkte. Den kann er heute begießen. Nemecholl und Usunidis mit dem Eigentor als das Spiel auf des Messerschneidestand zum 2 zu 0 für Deutschland. Untertitelung. BR 2018